Hat man 57 eine Kunststofffirma gegründet, 58 hat man eine Chelsea-Firma gegründet, 59 hat man eine Flachstrickfirma gegründet. Kein Problem, man stellt Geschäftsführer ein, man hat Unternehmen, man ist Unternehmer mit Unternehmen. Und 61 hatten wir noch Guthaben an den Banken von den Reserven meines Großvaters, 65 hat man für zwei Millionen, zwei Villen, einen am Bodensee und einen in Stuttgart, meines Großvaters, verkauft in den Betrieb gesteckt und 69 hatte man im Prinzip 10 Millionen Bankschöpfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017